Frau Fassbender, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung an Ihre Stieftochter Ronja. Und Ihr Ehemann, sogleich Ronjas Vater, ist hier als Beistand für Sie anwesend. Frau Fassbender, Ihr Vorname ist Anne. Sie sind am 17. November 1971 in Mönchengladbach geboren, wohnen auch dort, sind verheiratet. Sie selbst haben neben Ihrer Stieftochter eine 15-jährige Tochter mit in die Ehe gebracht, namens Marie-Therese. Was sind Sie von Beruf? Sekretärin, aber nur stundenweise. Meine Familie ist mir wichtiger. Ich glaube, allen Frauen ist die Familie wichtiger als der Beruf. Das hat aber nichts damit zu tun, ob Sie berufstätig sind, ja oder nein. Die Anklage, Herr Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 14. Januar 2010 schloss die Angeklagte ihre 15-jährige Stieftochter Ronja in deren Zimmer ein, als Strafe dafür, dass sie nur mit einer 2- in Mathematik nach Hause gekommen war. Dabei wusste die Angeklagte genau, dass Ronjas Vater niemals mit einer solchen Aktion einverstanden gewesen wäre. Als Ronja gegen die Strafaktion weiter protestierte, rastete die Angeklagte völlig aus und schlug derart auf ihre Stieftochter ein, dass Ronja mit dem Gesicht gegen ein Bettpfosten knallte. Dabei brach sich das Mädchen das Jochbein und zog sich eine derartige Platzwunde im Gesicht zu, dass die Narbe davon sie auf Dauer entstellen wird. Anne Fassbender wird daher wegen schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwaltschaft Römer. Frau Fassbender, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen gebraucht machen oder Angaben zur Sache machen? Natürlich sage ich aus. Ich habe Ronja nicht geschlagen, noch habe ich sie eingesperrt. Das hat sie sich alles nur ausgedacht, weil sie Mitleid erregen will. So wie so oft. Und ich sage Ihnen eins. Der Grund für die Anzeige ist, weil sie mich und ihren Vater auseinanderbringen will. Aber Anne, überleg doch mal. Vielleicht hat sie es ja auch getan, weil sie nicht weiter wusste. Werner, sag mal, stehst du jetzt zu mir oder willst du mich fertig machen? Natürlich stehe ich zu dir, deswegen sitze ich ja auch hier. Aber Ronja ist auch meine Tochter, also stehe ich auch zu ihr. Ich will wissen, was passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronja sich sowas einfach ausdenkt. Ronja ist schon immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Das war schon von Anfang an so. Und außerdem kann sie es nicht verknusen, dass du und ich und Marie-Theresa, meine Tochter, und sie jetzt zusammen eine Familie sind. Und seit wann leben Sie als Patchwork? Das ist ein blödes Wort. Flickenfamilie. Also seid als Familie zusammen. Ja, das stimmt schon. Also wir leben seit knapp zwei Jahren zusammen. Also ich war schon immer alleinerziehend und Werner ist vor drei Jahren Witwer geworden und wir haben uns auf einem Single-Kurs kennengelernt. Naja, und es war lieber auf den ersten Blick. Und dann sind wir zusammen schnell gezogen und haben Dezember 2008 geheiratet. Hat es von Anfang an Probleme mit Ronja gegeben? Also ich habe das Mädchen sofort in mein Herz geschlossen. Aber je mehr sie in die Pubertät kam, umso schwieriger wurde es mit ihr. Also sie keift von morgen bis abends. Ja, Marie-Theresa ist nicht anders. Die kann auch ganz schön zickig sein. Ja, aber die kriegt sich im Gegensatz zu Ronja schnell wieder ein. Frau Fassbender, wenn Sie mit der Ronja überfordert sind, dann sollten Sie mal mit Ihrem Mann sprechen. Dann sollten Sie erwägen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber Sie können doch nicht auf Erziehungsmethoden wie Gewalt und Freiheitsberaubung zurückgreifen. Das war selbst im 21. Jahrhundert. Also nochmal, ich habe Ronja nicht eingesperrt und nicht geschlagen. Ich würde doch nicht gegen meine eigenen Kinder meine Hand erheben. Und außerdem hat das Marie-Theresa, meine Tochter, auch bei der Polizei bestätigt. Und sowieso ist ja Werner der Erziehungsberechtigte von Ronja. Ja, und genau deshalb würde ich schon zweimal nicht irgendwelche Strafe gegen Ronja verhängen. Aber Sie sind doch mit den Kindern den ganzen Tag allein, sind den ganzen Tag mit denen beschäftigt. Und Sie wollen mir sagen, dass Sie jedes Mal, wenn es da irgendwie um eine neue Drillmaßnahme Ihrerseits geht, die Sie jetzt verhängen wollen gegenüber dem Mädchen, dass Sie dann in der telefonischen Einwilligung Ihres Mannes einholen. In Ordnung, was verstehen Sie unter Drillen? Dass ich das Beste für meine Mädels möchte, dann liegen Sie richtig. Aha, okay. Heutzutage ist man doch ohne Abitur aufgeschmissen. Sie wollen nur das Beste, ja. Ja genau, man kann sich gleich begraben lassen. Müssen wir jetzt noch mit einer Erweiterung der Anklage wegen Nötigung rechnen, wenn man seine Kinder anhält, die Hausaufgaben zu machen? Das kommt darauf an, wie man sie anhält. Wenn man sie mit Schlägen beispielsweise dazu anhält und ermundert, oder mit Einsperren oder mit Nahrungserzug, dann würde ich das durchaus befürworten. Ich würde die Herren gerne ermuntern, mir zu sagen, ob noch Fragen an die Anklachten bestehen oder nicht. Nein, es ist schön, dass Sie sich selbst beschäftigen können. Das ist fein. Ronja Fassbender, bitte, dann fang mit der Ronja an. Und Sie nehmen bitte neben Ihrem Verteidiger und Ihrem Ehemann Platz. Frau Fassbender, Ronja Fassbender. Ja, Feuerherrscher, ich mach die Briefe fertig. Hier, die zwei habe ich schon weggeschickt. Jetzt muss man sich noch die zwei fragen. Ja, genau. Entschuldigung, ich habe ein Problem. Ich muss gleich aussagen, aber ich weiß die Seinummer nicht mehr. Sie sehen doch, dass ich gerade am Telefonieren bin, oder? Also einen Augenblick noch, bitte. Ist ja gut. Hey, was fällt Ihnen ein, meine Freundin so zu behandeln? Ticken Sie noch ganz sauber, oder was? Sagen Sie mal, das war ein Dienstgespräch. Was fällt Ihnen denn ein? Sag mal, tickst du noch ganz richtig, Lukas? Was? Außerdem bin ich überhaupt nicht deine Freundin. Marie-Theresa, der kann ich doch nicht einfach so stehen lassen. Das geht doch nicht. Boah, ess mich bloß in Ruhe. Du nährst mich genauso wie Ronja. Ronja, warum sind Sie zu Ihrer Tante Susanne Ahrens gezogen? Weil ich jetzt bei meiner sogenannten Stiefmutter und ihren Anhängsel Marie-Theresa nicht länger ausgehalten habe. Marie-Theresa nervt übrigens noch viel mehr. Schön, Papa, dass du dich auf ihre Seite schlägst. Ich sitze nur hier, damit ich von Anfang an alles mitbekomme. Ich will doch auch wissen, was wirklich passiert ist, Ronja. Soll das jetzt heißen, dass ich lüge, oder was? Natürlich nicht, Anne. Aber wir müssen das hier irgendwie geklärt kriegen. So kann es doch nicht weitergehen. Tja, Papa, ich wüsste, wie es weitergehen könnte. Du trennst dich von ihr ganz einfach. Ja, Ronja, das ist nun mal Sache Ihres Vaters, was er machen will. Ihre Stiefmutter hat hier weiterhin gesagt, sie habe sie weder eingeschlossen noch verletzt. Natürlich hat sie das. Du sagst mir doch immer, man soll nicht lügen. Halt dich gefällig selbst dran. Nicht in dem Ton. Ich rede mit dir, wie ich will. Du bist nicht meine Mutter. Ronja, bitte entschuldige dich sofort bei Anne. Da kann die lange drauf warten. Ja, so viel Zeit habe ich in der Verhandlung nicht. Ja, aber die macht mich einfach nur aggro. Die will mich doch einfach nur aus der Familie haben, damit sie ihre heile Bilderbuch-Familie spielen kann. Ja, das würde ich doch nie zulassen. Und das weißt du doch auch. Moment mal, worüber reden wir denn hier eigentlich? Ronja, das Problem ist doch total klar. Ronja, du hasst mich. Warum nur? Weil du dich von vornherein wie meine Mutter aufgespielt hast. Das bist du aber nicht. Ich habe schon einen, auch wenn die tot ist. Ronja, schalten Sie jetzt mal einen Gang zurück. Und Frau Fassbender, Sie auch. Wir wollen da nicht Vorschub gewesen von irgendwelchen Erregungen. Und konkret um den 14. Januar, da geht es. Die Verletzungen, die Sie hatten, wir sehen da vorne Bilder von Ihnen. Wie sind Sie zu diesen Verletzungen gekommen, Ronja? Was war an dem Abend los? Es fing schon alles ein Abend vorher an, weil ich erst um neun anstatt um acht nach Hause gekommen bin. Die hat so ein Terz gemacht. Und am nächsten Morgen beim Frühstück sagte sie, ich soll sofort nach der Schule nach Hause kommen. Als ich dann mit meiner Mathearbeit noch angetanzt bin, ist sie voll durchgedreht, obwohl ich eine zwei Minus hatte. Ich hatte vorher eine fünf. Ja, wenn du mehr gelernt hast, wäre auch mehr drin gewesen. Noch mehr gelernt? Ich habe bereits schon an einem Tag drei Stunden gelernt. Das ist so krank. Die hat mir in der Woche Fernsehen verboten. Und ich sollte mal schon um neun ins Bett. Ihre Mutter macht sich Sorgen um sie und möchte, dass sie gute Schulnoten erzielt. Und die erzielt man halt nicht, wenn man nachmittags in der Stadt rumläuft und Einkäufe macht, statt zu lernen. Ja, nee, ist klar. Das ist so. Ja, jedenfalls habe ich die Meckerei nicht länger ausgehalten und bin dann in die Stadt abgehauen. Ich hatte gedacht, sie regt sich vielleicht ein bisschen ab, aber als ich dann um sieben nach Hause kam, ging es direkt wieder weiter. Sie hat mich eingesperrt in meinem Zimmer. Hausarrest, wegen einer zwei Minus. Da hat sie mir noch vom Flur aus zugebrüllt. Jetzt bleibt dir nichts anderes mehr übrig, als zu lernen. Hat ihr Vater was mitbekommen? Nee. Das macht Anne immer heimlich. Papa würde sowas niemals mitmachen. Stimmt das, Herr Fassbender? Natürlich, ich würde mein Kind nie irgendwo einsperren. Schon gar nicht, wenn es eine zwei Minus in Mathe geschrieben hat. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass meine Frau das getan hat. Also wenn es mal bei diesem ungerechtfertigten Einsperren denn auch geblieben wäre, wäre es ja noch gut. Frau Fassbender, Ihren Ehrgeiz kann ich in der Form nicht nachvollziehen. Sie kommen mir vor wie eine Eislaufmutti. Das Mädchen hat sich gesteigert, von einer fünf auf eine zwei Minus auf ein Gut. Und das reicht Ihnen nicht. Dann sperren Sie Sie dafür ein. Sie sind so krankhaft ehrgeizig, dass Sie an dem Tag vollkommen ausgerastet sind, weil Sie mit dem Kind auch überfordert sind. Aber das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich habe Ronja lediglich gesagt, dass sie sich auf ihr Zimmer verziehen soll. Das ist doch kein Stumarrest. Ich wollte ihr einfach nur klar machen, dass sie mit ihrer Null-Bock-Haltung überhaupt nicht weiter, dass das überhaupt nicht weitergeht. Aber ich habe sie überhaupt nicht eingesperrt und auch nicht geschlagen. Gelobt haben Sie sie auch nicht. Ach komm, ganz ehrlich. Ist doch klar, dass du das jetzt nicht mehr wahrhaben willst. Aber Steven kann das alles bezeugen. Wir haben nämlich telefoniert, als du so ausgeflippt bist. Wie früh ist das gewesen, Ronja? Ich weiß nicht, so um kurz nach halb neun. Die ist wieder in mein Zimmer gestürmt und hat total Krach gemacht. Ich war so sauer. Ich bin aufgesprungen, habe sie jedoch gefragt, ob sie ganz dicht ist. Na jedenfalls hat sie mir eine geknallt und mir ist mein Handy aus der Hand geflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten und bin dann mit meinem Kopf gegen Bettpfosten geknallt. Die hat es kaum interessiert. Die ist sofort wieder rausgegangen. Ja, und Sie haben sich dann durch den Sturz einen Jochbeinbruch und eine sechs Zentimeter lange Platzwunde im Gesicht zugezogen. Ja, das war so tief, so unheimlich tief, dass dieses Unterhautgewebe oder wie auch immer das heißt, durchtrennt war. Die Narbe bleibt für immer. Für immer. Danke, Anne. Von der Ronda, kann das sein, dass die ihre Geschichte von vorne bis hinten erstunken und erlogen ist, wie man so schön zu sagen pflegt, dass sie gar nicht zu Hause waren und dementsprechend auch nicht von ihrer Stiefmutter geschlagen worden sein, sondern worden sein können, sondern dass sie schlichtweg zum gleichen Zeitpunkt wo ganz anders waren. Sie haben nämlich einen Raubüberfall begangen in Begleitung ihres Freundes, der Steven. Stimmt, hat es darüber Streit gegeben? Hat der sie so verletzt? Nein. Zeugin, der das möglicherweise später bestätigen wird? Nein, ich war die ganzen Abend auf meinem Zimmer. Ach so. Okay. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar, ihre Tante, die Susanne Ahrens, hat Strafanzeige am nächsten Morgen erstattet gegen ihre Stiefmutter. Warum haben sie nicht mit ihrem Vater geredet? Zunächst einmal. Da hätte doch sowieso direkt Anne wieder geglaubt. Hast du einen Schluffi? Ronja, bitte. Ja, ist doch wahr. Ich habe tausendmal versucht, mit dir zu reden. Aber du spielst immer alles runter. Du glaubst eh immer, Anne. Und sie hat dich so im Griff und du tust nichts dagegen. Noch Fragen an Ronja Fassbender derzeit? Keine Fragen. Dann setzen wir erst mal mit ihrer Tante fort. Susanne Ahrens, bitte. Und Sie nehmen bitte hinten Klassezeugin. Bleibt unvereidigt. Frau Ahrens, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Ahrens, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Susanne ist Ihr Vorname. Sie sind 35 Jahre alt und leben Mönch in Gladbach. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Bürokerfrau. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Sie haben ja umgehend Strafanzeige gegen die neue Ehefrau Ihres Schwakers erstattet. Was hat sie von Anfang an so sicher gemacht, dass sie für Ronjas Verletzungen verantwortlich ist? Ja, sie passt ja dazu. So wie sie sich hier aufführt, wundert mich das halt nicht. Sie erzieht die Kinder wie wenn es Soldaten in der Grundausbildung sind. Ja, sagen wir mal so, auch Rekruten kann man nicht einsperren und schlagen. Ich meine, versorgt jetzt Ronja Sie mit intimen Details aus dem Familienleben? Ja, und sie hat mir einiges zu erzählen. Seitdem mein Bruder diese Furie dort geheiratet hat, ist sie nur noch hinter Anne her. Also unmöglich. Ihr Wissen beruht aber nur auf Hörensagen, richtig? Nein, ich habe das eine oder andere auch schon selbst mitbekommen. Also den Ton, den Anne gegenüber Ronja fügt, das ist unmöglich. Ronja braucht keinen Feldwebel. Ronja braucht jemanden, der einfach liebevoll mit ihr umgeht, der ihr einfach zuhört. Ich weiß noch nicht, wie das hier heute ausgeht, aber ich werde mir einen Rechtsanwalt nehmen und werde versuchen, selbst das Sorgerecht für Ronja zu bekommen. Und das bei deiner vielen Erfahrung mit Kindern. Du weißt doch überhaupt gar nicht, wie das Leben mit Kindern ist. Aber ich weiß, was menschliche Wärme ist und das hast du nicht. Ronja ist meine Nichte und ich werde dafür sorgen, dass es ihr gut geht, solange ich lebe. Susanne, stopp. Ich bin auch noch da, ja? Ich bin der Vater und du tust ja so, als ob sie vollweise wäre. Ja, aber ist sie denn mit ihren Problemen zu dir gekommen? Nein, sie kommt zu mir. Sie würde doch zu dir kommen, wenn sie sich bei dir verstanden fühlen würde, oder? Naja, sagen wir mal so, zumindest am 15. Januar ist sie zu Ihnen gekommen und seitdem wohnt sie auch bei Ihnen. Wie hat sich das ergeben? Wir haben abends an dem 14. noch miteinander telefoniert und sie klang sehr bedrückt am Telefon. Ich habe noch gefragt, was denn los sei und da hat sie erwähnt, dass sie wieder Stubenarrest habe. Sie tat mir richtig leid. Ich habe daraufhin gesagt, sie möchte doch am nächsten Morgen zu mir zum Frühstück kommen und dann können wir doch über alles reden. Sie kam auch dann und seitdem lebt sie bei mir. Ich habe versucht, Werner noch anzurufen, aber da ging ja mal wieder die Mailbox ran. Wenn ich gewusst hätte, was da los ist, dann hätte ich mich schon noch gemeldet. Ich habe immer ein offenes Wort für Ronja. Also so das, was Ronja zu mir sagt, da hast du beide Ohren taub, ja? Ich mache mir große Vorwürfe, dass ich da nicht schon, habe viel früher was unternommen. Warum gab es Anzeichen von Gewalt in der Familie? Anne hat Ronja mal eine Ohrfeige gegeben. Bitte. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Ronja nie geschlagen. Doch. Wann soll das gewesen sein, Frau Ahns? Das war, lassen Sie mich überlegen, Ende letzten Jahres. Da hatte mir eine geknallt, weil ich in der Mathearbeit eine 6 hatte. Aber die 2 Minus hat ja trotzdem nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Dir kann man es einfach nicht recht machen. Ronja, warum lügst du? Ich habe dir doch das Heft auf den Tisch geknallt. Sie lügt nicht. Sie traut sich endlich mal die Wahrheit zu sagen, ja? Sonst verbietest du ja immer den Mund. Ronja, wenn das so war, warum bist du nicht zu mir gekommen? Papa, hör dich doch mal reden. Wenn das so war, du hättest mir doch sowieso nicht geglaubt. Dann stellen wir das mal zurück. Also die Ronja ist am 15. Januar zu Ihnen gekommen morgens und auf den Fotos kann man ja sehen, wie sie aussah. Hat sie Ihnen direkt gesagt, was passiert ist? Nein, hat sie nicht. Als ich die Haustür aufgemacht habe, ich habe mich erst mal zu Tode erschrocken. Ihr ganzes Gesicht war zugequollen, die Platzwunde war vergrustet und sie sah aus unmöglich. Und ich habe dann gefragt, was dann passiert sei. Und erst hat sie gar nichts gesagt. Sie war schall verlegen und dann kam mir halt der Verdacht, dass es Anne gewesen sein könnte. Und naja, daraufhin hat Ronja dann genickt. Ach toll, dass du ihr das alles glaubst. Ja, ich glaube ja. Also ich habe nichts getan. Ich weiß auch nicht, warum Ronja solche Lügen erzählt. Also Ronja hat also zunächst bei Ihren Fragen oder Vorhalten zunächst nur genickt. Wie haben Sie dann Ronja dazu gebracht, mehr zu erzählen? Wie haben Sie dann Ronja dazu gebracht, mehr zu erzählen? Ich habe natürlich weiter gefragt. Ich wollte ja wissen, ob das stimmt, ob was passiert ist. Sie sah ja unmöglich aus. Und ja, irgendwann hat sie dann auch erzählt, dass Anne sie mal wieder im Zimmer eingesperrt hat und hat ihr vorher so eine Ohrfeige gegeben, dass sie gefallen ist und ist mit dem ganzen Kopf, also mit der ganzen rechten Seite da auf dem Bettpfost. Es ist schon schlimm genug, dass Ronja keine Mutter mehr hat. Aber du nörgelst die ganze Zeit auf ihr rum. Du trampelst auf ihre Gefühle. Immer versucht sie, das Beste zu geben. Und sie versucht wirklich alles, damit sie dir recht ist. Aber dir ist nichts rechts, nie. Aber wahrscheinlich liegt es doch daran, weil du selbst nicht aus besten Verhältnissen kommst. Was hat denn bitte schön die Herkunft meiner Mandantin mit diesem Verfahren hier zu tun? Ja, sie tut doch einfach, als sei sie was Besseres. Wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Und ihr Vater war doch ständig im Knast und ihre Mutter musste doch vier, fünf Jobs gleichzeitig machen, damit sie überhaupt über die Runden kommt. Also mir ist die Herkunft und meine Familie sehr wohlbewusst. Und ich stehe auch dazu. Und genau deshalb möchte ich, dass es meine Kinder mal besser haben. Ich behandle Ronja wie mein eigenes Kind. Sehr wohl. Ich würde gerne auch noch was sagen, auch wenn ich als Ehemann nicht muss. Ist das möglich? Das ist immer möglich. Nur da sie es bislang nicht wollten, habe ich sie gar nicht dazu mehr geladen. Noch Fragen an die Zeugin? Nein, nein, nein. Frau Vorsitzende, können wir vielleicht trotzdem eine kurze Unterbrechung haben? Ich müsste in einer anderen Sache nur mal kurz telefonieren mit der Kriminalpolizei. Ich habe da eben einen Zuständigen nicht erreicht. Fünf Minuten werden... Kein Problem. Und dann setzen wir nach einer kurzen Unterbrechung mit der Vernehmung von Ihnen fort. auch Pfefferspende. Boah. Ey, Lukas, wo bist du denn schon wieder hier? Mensch, ich will dich doch nur unterstützen. Nur mal zum Mitschreiben. Ich brauche deine Hilfe nicht. Du hast jetzt mal Sendepause und kannst verschwinden. Du kannst mir gar nichts verbieten. Da steht doch, dass die Verhandlung öffentlich ist. Also... Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was da steht. Für dich geht das nämlich nicht. Und jetzt verpiss dich einfach. Was suchen Sie denn hier? Ich wollte nur was fragen. Hier ist nicht die Auskunft zu nennen, sondern in meinem Büro. Nehmen Sie mal Platz. Ja, ich wollte auch nur fragen, ob ich mit in die Verhandlung darf. In welche Verhandlung? Hier im Gebäude finden mindestens 15 pro Tag statt. Die meisten sind öffentlich. Ja, die Sache Ronja Fassbender. Ronja Fassbender. Wer sind Sie denn? Äh, Lukas. Lukas Wöllner. Ich bin der Freund von Marie-Theresa Feld. Die soll da gleich aussagen. Also jedenfalls ist die Verhandlung Fassbender öffentlich. Die findet in Saal 214 statt und wird in wenigen Minuten fortgesetzt. Ach so, gut. Danke. Bitte. Herr Fassbender, bei Gericht muss man die Wahrheit sagen. Wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Ihr Vorname ist Werner. Sie sind 41 Jahre alt, wohnen in Mönchengladbach. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin gelernter Elektroinstallateur, bin Meister und habe einen eigenen Betrieb. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen und das Schweigen ist Ihre Entscheidung. Schweigen kann man auch immer dann, wenn man sich oder nahe Angehörige in der Straftat bezichtigen müsste. Warum haben Sie sich jetzt entschlossen auszusagen, Herr Fassbender? Ich habe mittlerweile einen Verdacht, wer Ronja geschlagen hat. Und wer soll das Ihrer Vermutung nach sein? Dieser komische Kauz von Marie-Theresa könnte was mit der Sache zu tun haben. Lukas Wöllner. Wie kommst du ausgerechnet auf den? Ja, der muss doch irgendwie mitbekommen haben, dass Marie-Theresa und Ronja sich nicht gut verstehen. Vielleicht wollte er bei ihr punkten. Der schleicht doch sowieso die ganze Zeit um Sie herum und versucht mit aller Gewalt bei ihr zu landen. Lukas Wöllner. Ach, da haben Sie den Platz gefunden, Herr Wöllner. Gibt es einen bestimmten Grund, dass Sie unbedingt hier im Publikum jetzt sein wollten? Ja, damit ich in Marie-Theresas Nähe sein kann. Ach, Unsinn. Du willst doch nur die Lage peilen. Quatsch. Ich habe Ronja nicht angepackt, ja? Ich war beim Training an dem Abend. Das können mindestens 20 bezeugen. Also, Herr Fassbender, da muss ich jetzt sagen, Ihre Aussage ist ein bisschen zu durchschaubarer Versuch, auch hier den Verdacht von Ihrer Ehefrau abzulängen. Ihre Tochter hat doch Ihre Ehefrau gesehen, oder nicht? Warum soll sie denn diesen Lukas Wöllner in Schutz nehmen oder schonen? Da gibt es mehrere Gründe für, Herr Staatsanwaltschaft, den zu schonen. Erstmal gibt es für Sie eine andere Strafe als für den minderjährigen Lukas. Der kriegt bei Sozialstündchen. Und hier können wir noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder? Ehe kaputt, die verfeindete böse Mutter oder Stiefmutter, die so operiert, die können wir da mal leicht aus dem Feld schießen. Das ist doch eine ganz einfache Antwort, oder nicht? Ganz einfache Hypothesen, ja. So wunderbar zusammengefasst, oder nicht? Sie konnten ja auch gar nicht den Lukas Wöllner belasten, dann hätten Sie ja zugeben müssen, dass er außer Haus war. Und wenn Sie außer Haus waren, kann die ganze Tat wieder nicht passiert sein, stimmt's? Ich habe schon tausendmal gesagt, ich war an dem Abend zu Hause eingesperrt. Vielleicht aber auch nicht besser, wenn Sie es immer wiederholen. Ja, aber was soll sie anders sagen, wenn sie davor nicht abrücken will zunächst einmal? Nur ihre Stiefschwester, die Marie-Therese, hat bei der Polizei gesagt, dass sie gehört habe, wie sie aus dem Fenster geklettert sei. Das ist sowas von gelogen. Die will doch nur ihre Mama in Schutz nehmen.